Henry Fords Geschichte beginnt in einer Welt, in der die Zeit noch von Uhren und nicht von den Rädern der Industrie bestimmt wird. Mit nur zwölf Jahren, als er von seinem Vater eine Taschenuhr bekam, entflammte in Henry eine Leidenschaft, die weit über das bloße Ablesen der Zeit hinausging. Später sollte er sein gegründetes Unternehmen zu einem Automobilimperium heranwachsen lassen. Doch wie kam Henry von den Uhren zu Kraftfahrzeugen? Welche Prüfungen musste er bestehen und was spielte sich in all den Jahrzehnten hinter den Kulissen des Unternehmens ab? In der malerischen Landschaft des County Cork, umgeben von der ruhigen Schönheit Irlands, wird ein Junge namens William Ford geboren. Die Wurzeln der Familie reichen tief in die Vergangenheit bis in die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts zurück. Es war die Zeit, in der Königin Elisabeth I. den englischen Herren in Irland Land schenkte, was die Fords veranlasste, ihr Heim in Somerset zu verlassen und sich in der irischen Provinz Munster niederzulassen. In Crowhain, auf dem Madame Estate in Berlina Carthy, lebte John Ford, Williams Vater, in einem Haus, das über Generationen hinweg zum Symbol ihrer Beständigkeit wurde. Die Geschichte der Fords war nicht frei von Prüfungen. In den 1840er Jahren sah sich John Ford, gezeichnet von der Hungersnot, gezwungen, mit seiner Familie die Heimat für immer zu verlassen. Sie begannen ihre Reise nach Quebec. William, damals ein junger Mann von 21 Jahren, begleitete seine Familie. Doch die Reise war beschwerlich. Als sie auf dem Schiff waren, wurde seine Mutter, Thomasin Smithford, plötzlich schwer krank und verstarb noch, bevor das Schiff in den USA Anker legen konnte. In Amerika bauten die Fords zusammen mit Johns Brüder, die bereits zehn Jahre zuvor ausgewandert waren, ein neues Leben auf. Ihr Weg endete in Dearborn, Michigan, wo John eine Farm von einem Landsmann namens Henry Mabry erwarb. William fand sowohl auf der eigenen Farm Arbeit, als auch als Zimmermann und Landarbeiter. Einer seiner Arbeitgeber war ein gewisser Patrick Ahan, bei dem William seine spätere Frau, Mary Littigate, die Pflegetochter Ahans, kennen und lieben lernte. Ihre Hochzeit im April 1861 legte den Grundstein für eine neue Generation der Fords. Am 30. April 1863 bekamen William und Mary einen Sohn, den sie Henry tauften. Henry wuchs in einer Umgebung auf, die von Fleiß und landwirtschaftlicher Arbeit geprägt war. An der Seite seines Vaters lernte er das Farmleben, wie das Pflanzen und Ernten, die Viehzucht und die vielseitigen Aufgaben, die das Leben auf einer Farm mit sich bringt. Es waren lange und harte Tage, aber sie lehrten ihn die Werte von disziplinierter Arbeit und Ausdauer. In seiner Kindheit erlebte der kleine Henry einige Abenteuer und Streiche, so auch an diesem Tag. Ein Arbeiter bot ihm Kautabak an und er, der keine Ahnung hatte, wie man damit umgeht, kaute und schluckte ihn schließlich, was zu einem schwindeligen Heimweg führte. Als Mary ihn sah, war sie halb amüsiert, halb besorgt, nahm ihn in den Arm und tröstete ihn liebevoll. Henry war ein aufgewecktes Kerlchen, der das Risiko nie scheute und so auch kleinere Unfälle bei seinen mechanischen Experimenten erlitt, die ihm eine lebenslange Narbe und wertvolle Lektionen fürs Leben schenken. In der Schule glänzte er besonders in der mündlichen Arithmetik und zeigte früh sein mechanisches Talent, indem er Uhren auseinanderbaute und wieder zusammensetzte. Seine Freundschaft mit Edsel Ruddyman, einem Nachbarsjungen, begann in diesen jungen Jahren und wurde zu einer lebenslangen Bindung. Die beiden unzertrennlichen Freunde verbrachten viel Zeit miteinander, spielten Streiche und teilten Abenteuer, die ihre Kindheitserinnerungen prägten. Henrys Bildungsweg war kurz, aber intensiv. Nachdem er die Grundlagen des Lesens von seiner Mutter gelernt hatte, setzte er sein Lernen in der Schule fort, wo er seine Leidenschaft für das Mechanische weiterentwickelte. Sein formaler Bildungsweg endete nach der achten Klasse, aber das Lernen selbst hörte nie für ihn auf. In seiner Jugend zeigte sich Henrys tiefe religiöse Hingabe in den langen Spaziergängen zur Episkopalkirche, die er jeden Sonntag unternahm, um dort über seine Zukunft und seine Träume nachdenken zu können. Doch als seine Mutter im Jahr 1876 starb, erkannte Henry, dass seine wahre Leidenschaft nicht auf dem Bauernhof lag. Ich hatte nie eine besondere Liebe für die Farm. Es war die Mutter auf der Farm, die ich liebte, erinnerte er sich später. Für seinen Vater William war diese Entscheidung ein Schlag, denn er hatte gehofft, dass Henry das landwirtschaftliche Erbe weiterführen würde. Henrys Herz schlug jedoch für etwas anderes. Im Alter von 16 Jahren traf Henry den mutigen Beschluss, das elterliche Anwesen zu verlassen und in die aufregende Welt der Industrie Detroits einzutauchen. Er absolvierte eine Lehre als Maschinist und arbeitete bei verschiedenen Unternehmen, darunter James F. Flower & Brothers und die Detroit Dry Dog Company. Diese Erfahrungen prägten ihn stark und bereiteten den Weg für seine spätere Karriere. Anfang der 1880er Jahre bekam er die Nachricht, dass sein Vater seine Hilfe auf der Familienfarm benötigte und so packte er zusammen und kehrte vorübergehend nach Dearborn zurück. Während dieser Zeit meisterte er die Bedienung der tragbaren Dampfmaschine von Westinghouse und bot später Wartungsdienste für diese Maschine an. Die Rückkehr zur Farm war also keine Niederlage, sondern eine Gelegenheit, sein technisches Wissen und seine Fähigkeiten zu erweitern. Das war ihm nun klar geworden. Als Henry sich an die Beobachtung eines Nicholson-Shepard-Straßenmotors zurückerinnerte, verstand er, dass dieser Moment mehr als eine bloße Kindheitserfahrung gewesen war. In der ruhigen Umgebung des Bauernhofs begann Henry daraufhin in einer kleinen Werkstatt mit dem Bau eines Dampfwagens oder Traktors und eines Dampfautos. Obwohl er Zweifel hatte, ob Dampf sich für leichtere Fahrzeuge überhaupt eignete, ließ ihn seine unerschöpfliche Neugier nicht ruhen. Auch der Gedanke, dass man Elektrizität als Energiequelle nutzen könnte, rief in ihm Bedenken hervor. Doch diese Bedenken hielten seinen Erfindergeist nicht auf. Mit stetiger Hand und einem scharfen Auge für Details machte er sich daran, die Welt der Mechanik zu erobern. Seine mechanischen Experimente nahmen bald schon eine neue Richtung ein, als er einen Otto-Motor erfolgreich reparierte. Kurze Zeit später hatte er sogar ein eigenes Modell mit vier Zyklen angefertigt. An einem strahlenden Frühlingstag, dem 11. April 1888, trat Henry in eine neue Lebensphase ein, als er Clara Jane Bryant das Ja-Wort gab. Ihre Hochzeit markierte den Beginn einer gemeinsamen Reise, die sowohl von tiefem Zusammenhalt als auch von den Herausforderungen geprägt sein sollte, die das Leben für sie bereit hielt. Henry war nicht nur ein Pionier in seinem Fachgebiet, sondern auch ein liebevoller Ehemann und Vater. Er widmete sich verschiedenen Unternehmungen, um seine Familie zu unterstützen. Trotz seines Ruhms und seiner Erfolge lebte die Familie fortbescheiden. Henry arbeitete hart in der Landwirtschaft und führte ein Sägewerk, um den Lebensunterhalt für seine Familie zu sichern. Der wahre Wendepunkt in Henrys Kraftfahrzeugtechnikexperimenten kam im Jahr 1892, als er sein erstes Motorauto vollendete. Dieses Auto, ausgestattet mit einem Zweizylinder 4 PS Motor, war eine Revolution auf Rädern. Es konnte Geschwindigkeiten von bis zu 20 Meilen pro Stunde erreichen, eine beeindruckende Leistung für diese Zeit. Henry hatte es geschafft, Merkmale wie 28 Zoll Draht-Fahrradreifen, eine Fußbremse und einen 3-Gallonen-Benzintank in dieses neuartige Fahrzeug zu integrieren und im Frühjahr war das Auto betriebsbereit. Das Jahr 1893 war ein glückliches Jahr, in dem das Bar ihr einziges Kind, Edsel Ford, willkommen hieß. Edsel wurde zu einem Symbol der Hoffnung und des Erbes, das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Edsel erbte den erfinderischen und unternehmerischen Geist seines Vaters und spielte später eine entscheidende Rolle in der Ford Motor Company. Henry gab als Zeichen tiefer Verbundenheit und Wertschätzung seinem Sohn den Namen seines besten und ältesten Freundes, Edsel Ruddy Mann. Zur selben Zeit führte er mit seinem ersten Motorauto weitere Design-Tests und Verbesserungen auf der Straße durch. Mitte der 1890er Jahre fuhr er mit dieser Maschine rund 1000 Meilen, was seinen Mut und seine Entschlossenheit widerspiegeln. Schnell hatte er an einem zweiten Auto gearbeitet und schließlich stellte er drei Fahrzeuge in seiner Heimwerkstatt her. Diese Jahre in der Werkstatt waren mehr als nur eine Zeit der Erfindung. Sie waren eine Periode der Transformation. In dieser bescheidenen Umgebung legte Henry den Grundstein für seine eigene Zukunft und für die Zukunft der Automobilindustrie. Kurz darauf begann Henry bei der Edison Illuminating Company in Detroit zu arbeiten und sein unermüdlicher Einsatz eröffnete ihm bald eine Beförderung zum Chefingenieur. Dieser Erfolg gab ihm auch die wertvolle Zeit, um sich den Experimenten mit Benzinmotoren zu widmen. Das Jahr 1896 war ein wichtiges Jahr in Henrys Karriere. Sein innovativer Geist und sein starker Wille führten zur Geburt des Ford Quadricycle, ein selbstfahrendes Fahrzeug, das am 4. Juni seine erste Testfahrt machte. Für Henry war es ein Triumph. Im selben Jahr kam es auch zu einem bedeutsamen Zusammentreffen, als er die Gelegenheit bekam, sich den berühmten Thomas Edison vorzustellen. Edison war begeistert von Henry Fords Quadricycle und drückte seine Zustimmung und Ermutigung für seine Fahrzeugexperimente aus. Mit seinem Ehrgeiz gründete er am 5. August 1899 mit der finanziellen Unterstützung von William H. Murphy, einem Holzbaron aus Detroit, die Detroit Automobile Company und verließ schweren Herzens die Edison Company. Doch trotz Henrys ermüdenden Anstrengungen hatte die Detroit Automobile Company Probleme mit der Qualität und der Preisgestaltung und löste sich schließlich nur zwei Jahre später wieder auf. Henry sah diesen Rückschlag als einen Lernprozess an, ließ sich nicht unterkriegen und entwickelte unbeirrt und gemeinsam mit C. Harold Wills ein 26 PS starkes Automobil, das er auch selbst fuhr. Nun hatte er wieder das Vertrauen seiner Investoren erhalten und es war an der Zeit für seinen nächsten atemberaubenden Schritt. Am 30. November 1901 hatte Henry es geschafft, die letzten Zweifler zu überzeugen und gründete die Henry Ford Company, in der er als Chefingenieur tätig war. Leider war die Freude nicht von allzu langer Dauer und so gab es ein Jahr nach der Gründung schon die ersten Herausforderungen. Hauptinvestor Murphy brachte Berater Henry M. Leland ein, was Henry missfiel und zu seinem Austritt führte, doch sein Herz schlug für die Automobilindustrie. Und so setzte er seine Vision zusammen mit Alexander Y. Malcolmson fort und gründete dank dessen Überzeugungskraft und neuen Investoren am 16. Juni 1903 die Ford Motor Company mit einem Kapital von 28.000 US-Dollar. Leland benannte das Unternehmen später in Cadillac um. Henry hatte allerdings ein Problem, denn er galt als temperamentvoll und somit als ungeeignet für die Unternehmensführung. Deshalb wurde John S. Gray zum Präsidenten der Ford Motor Company gewählt. Henrys Beharrlichkeit und sein Pioniergeist waren jedoch unerschütterlich. In einer Allianz mit dem ehemaligen Radsportler Tom Cooper entstand ein leistungsstarker Rennwagen namens 999. In einem denkwürdigen Moment auf den eisigen Flächen des Lake St. Clair enthüllte er ein revolutionäres Autodesign. Er jagte dieses Fahrzeug in nur 39,4 Sekunden über eine Meile und erreichte einen atemberaubenden neuen Geschwindigkeitsrekord von satten 91,3 Meilen pro Stunde. Fasziniert von diesem technischen Meisterwerk nannte der berühmte Rennfahrer Barney Oldfield das Auto 999. Eine Hommage an die damals schnellste Lokomotive und begab sich auf eine landesweite Tour. Diese Reise festigte das Ford-Modell 999 nicht nur als Symbol für die technische Meisterschaft im Automobilbereich, sondern verankerte auch die Marke Ford fest im kollektiven Bewusstsein der Vereinigten Staaten. Am 1. Oktober 1908 hörte Henry das erste Mal den Motor einer Maschine aufheulen, die nicht nur ein Fahrzeug sein sollte, sondern das Emblem einer ganzen Ära, das Modell T. Mit seinem bescheidenen Preis von 825 US-Dollar, was heute etwa 26.870 US-Dollar entspräche, brachte das Modell T Innovationen mit sich, die weit über seine Zeit hinausgingen. Das Modell T zeichnete sich auch durch einen geschlossenen Motor und ein Getriebe, einen robusten Vierzylinderblock und eine Federung mit zweieinhalb elliptischen Federn aus. Sein einzigartiges, fußbetätigtes Planetengetriebe und das am Lenkstock montierte Gaspedal boten eine Fahrerfahrung, die eine gewisse Lernkurve für diejenigen erforderte, die mit anderen Fahrzeugen der damaligen Zeit vertraut waren. Diese Herausforderung verringerte jedoch seine Beliebtheit nicht. In Detroit entwickelte Henry eine effektive PR-Strategie für das Modell T, wie die breite Medienpräsenz und ein Netzwerk lokaler Händler. Dies trug zur Verbreitung des Automobils in Nordamerika bei, besonders unter den einfachen Bürgern. Die Einführung von Fließbändern in Henrys Werken führte Anfang der 1910er Jahre zu einem massiven Anstieg der Produktionszahlen. Lange dominierte das Modell T, das nur in Schwarz erhältlich war, den US-Automarkt. Henry selbst betonte diese Farbpolitik mit dem lustigen Zitat, Kunden können jede Farbe wählen, solange sie schwarz ist. Doch im frühen 20. Jahrhundert stand Henry vor dem Problem des hohen Arbeiterwechsels. Er sah nicht ein, warum er den Arbeitern die Fähigkeiten lehrte und die Erfahrungen schenkte, während diese kurz darauf sein Unternehmen wieder verließen. Er strebte danach, erstklassige Talente nicht nur zu gewinnen, sondern auch langfristig zu binden, um so die Produktivität seiner Firma zu steigern. Henry setzte daraufhin ein mutiges Zeichen. Er führte einen Tageslohn von 5 US-Dollar ein. In der heutigen Kaufkraft entspräche dies rund 153 US-Dollar, eine Summe, die das Einkommen der meisten seiner Arbeiter mehr als verdoppelte. Diese Entscheidung war nicht nur ein Akt der Großzügigkeit, sondern auch eine strategische Maßnahme. Sie lockte die besten Mechaniker Detroits zu Henrys Unternehmen und steigerte die Produktivität, während sie gleichzeitig die Kosten für Schulungen reduzierte. Henrys Konkurrenten sahen sich gezwungen, ihre Gehälter ebenfalls zu erhöhen, um ihre qualifizierten Arbeitskräfte zu halten. Damit demonstrierte er, dass höhere Löhne den Arbeitern ermöglichten, sich die von ihnen hergestellten Produkte, in diesem Fall Autos, zu leisten und belebte so die lokale Wirtschaft. Henrys Konzept ging jedoch darüber hinaus. Als Gegenzug setzte eine Abteilung, bestehend aus 50 Ermittlern, strenge Mitarbeiterstandards durch und lehnte Verhaltensweisen wie übermäßigen Alkoholkonsum und Glücksspiel ab. Trotz der guten Absichten war Henrys Eingriff in das persönliche Leben seiner Mitarbeiter nicht astrein. Angesichts solcher umstrittener Überwachung zog er sich später von diesen Aspekten zurück. In seinen Memoiren räumte er den Fehler des übertriebenen Patriarchalismus in der Branche ein und betonte, dass Männer zwar Rat und Hilfe bekommen könnten, aber die damalige Form der Wohlfahrtsarbeit, die sich zu sehr in das Privatleben einmischte, nicht mehr zeitgemäß sei. Ende der 1910er Jahre wechselte die Präsidentschaft der Ford Motor Company zu seinem Sohn Edsel Ford, obwohl Henry weiterhin die endgültige Entscheidungsbefugnis behielt und oft die Meinung seines Sohnes überstimmte. In einem strategischen Schachzug gründete Henry später die Henry Ford & Sun Company, um die verbleibenden Stakeholder der Ford Motor Company dazu zu bewegen, ihre Anteile an ihn und Edsel zu verkaufen und festigte damit die familiäre Kontrolle über das Unternehmen. Bald darauf betrat die Ford Motor Company mit der Übernahme der Lincoln Motor Co., die von den Cadillac-Gründern Henry Leland und seinem Sohn Wilfred gegründet worden war, den Premium Automobilmarkt. Die Leland selbst, ursprünglich für das Management behalten, fanden sich jedoch bald außerhalb des Unternehmens wieder. Henrys Gleichgültigkeit gegenüber Luxusfahrzeugen stand in starkem Kontrast zu Edsels Vision, das Unternehmen in den gehobenen Markt zu führen. Trotz dieser Differenzen blieb das ursprüngliche Lincoln-Modell L zehn Jahre lang in Produktion, bevor es Anfang der 1930er Jahre durch das modernisierte Modell K ersetzt wurde. Trotz Henrys anfänglichem Widerwillen, das seit 16 Jahren erfolgreiche Modell T in den Ruhestand zu schicken, führten der zunehmende Wettbewerbsdruck, insbesondere von Chevrolet, zur Entwicklung des Modell A. Dieses neue Modell wurde nach einer 18-monatigen Produktionspause eingeführt, in der das massive neue River Rouge-Montagewerk errichtet wurde. Außerdem wurde das Ford-Modell T immer weniger beliebt, was Henry letztendlich von dem Wechsel zum Modell A überzeugte. Das Design überließ Henry seinem Sohn Edsel und weil dieser ein Händchen dafür hatte und der Erfolg auf großen Schritten kam, führte er daraufhin jährliche Modellwechsel ein, eine Praxis, die von General Motors übernommen wurde und heute noch verwendet wird. Henry begann seine Abneigung gegenüber Finanzgesellschaften zu überwinden und gründete die Universal Credit Corporation, ein bedeutendes Unternehmen für die Autofinanzierung. Trotz dieser finanziellen Innovation blieb Henry skeptisch gegenüber bestimmten technologischen Fortschritten, wie zum Beispiel hydraulischen Bremsen und vollständig metallenen Dächern, die erst viel später in Ford-Fahrzeugen integriert wurden. In diesen Jahren war der Flat Heat Ford VA der erste wirtschaftliche Achtzylinder-Motor und stellte einen Wendepunkt für Henrys Unternehmen dar. Henry hatte mit technologischem Fortschritt nicht viel am Hut. Er hatte auch eine Abneigung gegenüber der Buchführung, was sich in einem eigenartigen Finanzmanagement-Stil widerspiegelte. In einem strategischen Schachzug, der von Edsel im Jahre 1939 maßgeblich vorangetrieben wurde, erstrahlte die Marke Mercury als neues Sternbild am Automobilhimmel. Konzipiert als Mittelklasse-Marke war Mercury dazu bestimmt, mit Giganten wie Dodge und Buick in den Ring zu steigen. Henry, dessen Geschichte und Charakter tief in den Traditionen und der Frühzeit der Automobilindustrie verwurzelt war, begegnete diesem Wagen mit einer Mischung aus Zurückhaltung und mäßiger Begeisterung. Er war ein Mann, der beharrlich an dem Altertum festhalten wollte. Zugegeben, es war ein kühner Versuch, eine breitere Verbraucherbasis zu erreichen und sich in der hart umkämpften Automobilbranche durch strategische Abwechslung zu behaupten. Doch es war die Verkörperung von Edsels Wunsch, sich anzupassen und gleichzeitig zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. 1926 revolutionierte Henry die industrielle Arbeitswelt, indem er die 40-Stunden-Woche einführte, die von sechs auf fünf, acht Stunden Arbeitstage reduziert wurde. Damit verwandelte er die vorherigen Normen und alle Ford-Mitarbeiter begannen im Frühjahr desselben Jahres mit diesem System. Die Büroangestellten folgten ihnen im August. Im Gegenzug für die verkürzten Arbeitsstunden setzte Henry jedoch eine Erwartung. Die Arbeiter sollten ihre Arbeit mit gesteigerter Kraft und Anstrengung erfüllen. Er betonte, es ist höchste Zeit, uns von der Vorstellung zu befreien, dass Freizeit für Arbeiter entweder verlorene Zeit oder ein Klassenprivileg ist. Er strebte danach, die herrschende Vorstellung von Freizeit als Luxus zu zerstören und sie stattdessen als Bestandteil des Lebens eines Arbeiters neu zu definieren. Damit veränderte Henry die Arbeitspraxis komplett und schuf ein Echo, das bis in die heutige Zeit nachhallt. Das Unternehmen florierte und er hatte den ungeteilten Respekt seiner Angestellten. Doch hinter dem Glanz seines Erfolges verbarg sich eine bemerkenswerte Abneigung gegen Gewerkschaften. Henry sah in Gewerkschaften nicht nur Organisationen mit edlen Absichten, sondern Institutionen, die von Führern geprägt waren, deren Handeln seiner Meinung nach den Arbeitern mehr schadete als nützte. Vernünftige Manager würden hingegen das Wohl ihrer Arbeiter an oberster Stelle sehen, um so ihren Gewinn zu maximieren. Um gewerkschaftliche Aktivitäten zu hemmen, ernannte er Harry Bennett, einen ehemaligen Marineboxer zum Leiter der Serviceabteilung. Unter Bennetts Führung wurden Einschüchterungstaktiken eingesetzt, um die Gewerkschaften zu unterdrücken. Ein prägnantes Ereignis war der Ford Hunger March am 7. März 1932. Arbeitslose Autoarbeiter aus Detroit marschierten zum Ford River Rouge Komplex und die daraus resultierende brutale Auseinandersetzung endete mit über 60 Verletzten und 5 Toten. 19 Tage später eskalierte der Konflikt erneut, als Bennetts Sicherheitspersonal Mitglieder der United Automobile Workers UAW angriff. Edsel, der damals der Präsident des Unternehmens war, sah eine Vereinbarung mit den Gewerkschaften als unerlässlich an, um die Spirale von Gewalt und Arbeitsstörungen zu beenden. Doch Henry, der immer noch eine faktische Veto-Macht im Unternehmen innehatte, blieb hartnäckig. Er entschied, dass Bennetts mit dem Ziel, keine Vereinbarung zuzulassen, weiterhin für die Gewerkschaftsverhandlungen verantwortlich sein sollte. Die Ford Motor Company war somit das letzte Automobilunternehmen in Detroit, das die UAW-Gewerkschaft anerkannte und auch erst nach intensivem Druck von der Industrie und der US-Regierung. Der immer widerspenstige Henry hatte kurz davor gestanden, das Unternehmen aufzulösen, nur um nicht den Gewerkschaften nachgeben zu müssen. Ein entscheidender Moment kam, als seine Frau Clara drohte, ihn zu verlassen, wenn er das Familienunternehmen auflösen würde. Er gab nach und unterzeichnete schließlich die freundlichsten Vertragsbedingungen einer Gewerkschaft in der Geschichte des Unternehmens. Doch der Schritt vom Widerstand zur Nachgiebigkeit veränderte Henry. In einem Gespräch mit Walter Reuther erkannte er an, dass die Zusammenarbeit mit der UAW einen kollektiven Widerstand gegen General Motors und Wall Street ermöglichte. So entwickelte sich die Beziehung zwischen ihm und den Gewerkschaften von Konflikten und Widerstand zur Kooperation. Während des globalen Konflikts des Ersten Weltkriegs erkannte Henry die Bedeutung der Luftfahrt und erweiterte seine technischen Fähigkeiten in diese Richtung. Er begann mit dem Bau von Liberty-Motoren, einer entscheidenden Komponente für die Flugzeuge der damaligen Zeit, um sein Engagement für seine Nation in Zeiten der Not zu zeigen. Nach dem Ende des Krieges kehrte er jedoch wieder zu seinen Wurzeln zurück und widmete sich der Automobilproduktion. Doch tief in seinem Inneren hatte er die Leidenschaft für die Luftfahrt entdeckt. Im Jahr 1925, als die Welt sich von den Nachwehen des Krieges erholte, wagte er schließlich einen kühnen Schritt. Er übernahm die Stout Metal Airplane Company und gab damit ein klares Signal für eine Kursänderung in seinem industriellen Imperium. Für ihn fühlte es sich an wie ein Abenteuer in der Luftfahrtindustrie. Er erkannte das Potenzial, das der Himmel bot und wollte Teil dieser aufregenden neuen Welt sein. Eine Welt, die hoch über die Straßen und Fabriken hinausführte. Mit der Konzeption und Herstellung des Ford 4AT Tri-Motor, aufgrund seines gewölbten Metallrahmens liebevoll Tingu's genannt, eroberte Henry die Lüfte. Obwohl der Tri-Motor Ähnlichkeiten mit Fokkers V7-3M hatte und neider behaupteten, dass Ford-Ingenieure heimlich das Fokker-Flugzeug vermessen und nachgebaut hatten, sicherte er sich seinen Platz in den Geschichtsbüchern der Luftfahrt. Mit seinem Jungfernflug am 11. Juni 1926 setzte der Ford 4AT Tri-Motor ein deutliches Zeichen. Trotz seiner eher spartanischen Unterkunft für etwa 12 Passagiere erwies er sich als das erste erfolgreiche US-amerikanische Passagierflugzeug. Doch seine Ära war nur von kurzer Dauer. 1933 stellte Ford die Produktion mit 199 gebauten Einheiten ein und legte die Ford Airplane Division still. Obwohl die Flugzeugabteilung geschlossen wurde, hinterließ Henrys Einfluss auf die Luftfahrtindustrie tiefe Spuren in der Geschichte. Henrys Beiträge zur Luftfahrt wurden von der Smithsonian Institution anerkannt und viele Jahre später wurde er in die National Aviation Hall of Fame aufgenommen, was den Einfluss seines Unternehmens in diesem Bereich bestätigte. Inspiriert von der Pazifistin Rosika Schwimmer, machte er einen mutigen Schritt. Er finanzierte ein Friedensschiff und brach mit einer Gruppe von 170 Friedensaktivisten zu einer Mission auf, die Frieden in die krisengebeutelten Gebiete Europas bringen sollte. Obwohl Henry Gespräche mit Präsident Woodrow Wilson über die Mission führte, fehlte es ihm an staatliche Unterstützung. Trotzdem reiste er mit dem Friedensschiff in die neutralen Gebiete Schwedens und der Niederlande, um sich mit anderen Friedensaktivisten zu beraten. In Schweden musste Henry jedoch das Schiff schnell verlassen, da die Mannschaft plötzlich der Radikalisierung ausgesetzt war. Er ärgerte sich sehr über diejenigen, die seiner Meinung nach Konflikte finanzierten. Er tat seine Meinung lautstark kund und machte einen deutsch-jüdischen Bankier für den Kriegsausbruch verantwortlich. Doch trotz seiner pazifistischen Neigungen waren seine Fabriken ebenfalls in die Kriegsproduktion verwickelt und stellten wichtige Ressourcen für die britische und amerikanische Kriegsanstrengung her. In einer anderen Äußerung deutete Henry eines Tages an, dass das Versenken von US-Handelsschiffen durch deutsche U-Boote kein Zufall, sondern ein berechneter Schachzug dieser Kriegstreiber sei. Henry begann sich deutlich im Handel mit kriegsführenden Nationen zurückzuhalten. Er teilte die Besorgnis vieler Geschäftsleute der großen Depression und hegte einen intensiven Verdacht gegen die Politik von Franklin Roosevelt, die USA in den Krieg zu ziehen. Und obwohl er immer gegen das Kriegstreiben gewesen war, hatte er paradoxerweise Geschäftsbeziehungen mit Nazi-Deutschland und war in die Produktion von Kriegsmaterial involviert. Ebenso stimmte er der Herstellung von Flugzeugmotoren für Großbritannien zu, was seinen widersprüchlichen Standpunkt noch mehr unterstrich. Anfang 1940, in einer Zeit ambitionierter Kriegsanstrengungen, verkündete das Ford-Unternehmen Kühn, dass die Ford Motor Company in der Lage sei, täglich 1000 US-Kampfflugzeuge herzustellen, auch ohne ein spezialisiertes Flugzeugproduktionswerk. Henry fühlte eine wachsende Spannung zwischen seinen ideologischen Überzeugungen und den realen Anforderungen eines Landes am Rande eines globalen Konflikts. Es war nicht einfach für ihn und fühlte sich an wie ein Tanz auf dem Drahtseil. Aber was hätte er tun sollen? Er, einst ein prominentes Mitglied des American First Committee, das lautstark gegen die Beteiligung der USA am Zweiten Weltkrieg eintrat, fand sich bald in einem Strudel wieder. Seine Mitgliedschaft im Exekutivkomitee wurde zunehmend umstritten. Die Mitglieder verstanden nicht, wie Henry tagsüber gegen den Krieg wettern und nachts Kriegsflugzeugmotoren herstellen konnte. Henry blieb nichts anderes übrig, als aus dem Komitee auszutreten. Doch für ihn persönlich warf diese Entscheidung einen langen Schatten auf sein Leben. Als dann auch noch ans Licht kam, dass 100 bis 200 französische Kriegsgefangenen als Zwangsarbeiter in den Fortwerken tätig waren, wurde seine Geschäftsethik noch gnadenloser infrage gestellt. Er war zu einem Mann im Zwiespalt geworden und versuchte mit aller Macht, seine pazifistischen Ideale mit den moralischen Anforderungen einer Welt im Krieg in Einklang zu bringen. Am Vorabend, kurz bevor die Vereinigten Staaten offiziell in den Zweiten Weltkrieg gezogen wurden, stand Henry in der Pflicht. Als Reaktion auf Präsident Roosevelts Proklamation im Dezember 1940, dass Amerika das große Arsenal der Demokratie sein solle, entfaltete sich vor ihm eine monumentale Herausforderung. Die Errichtung von Willow Run, einer gigantischen, eigens dafür erbauten Flugzeugfabrik in der Nähe von Detroit, Michigan. Im Frühjahr 1941 begannen unter Henrys wachsamen Augen die Arbeiten an Willow Run. Für ihn bedeutete diese Unternehmung neue Maßstäbe in der industriellen Fertigung. Ein Jahr darauf startete die Produktion von Komponenten für die B24 und kurz darauf rollte die erste vollständig montierte B24 stolz vom Fließband. Willow Run, eine Anlage von gigantischem Ausmaß mit einer Fläche von 3,5 Millionen Quadratfuß, wurde zur größten Fließbandmontage-Linie der Welt. Die Fabrik sollte bald ihren Höhepunkt erreichen. Durch unermüdliches Schaffen wurden erstaunliche 650 B24-Bomber monatlich gefertigt. Bis 1945 hatte Henry den Produktionsprozess so perfektioniert, dass jede B24 innerhalb von nur 18 Stunden fertiggestellt war. Etwa alle 58 Minuten verließ ein neues Flugzeug das Fließband. Als der Krieg zu Ende ging, konnte Willow Run auf eine beeindruckende Bilanz zurückblicken. Die Hälfte aller während des Krieges produzierten B24s, insgesamt 9.000 Einheiten, wurden hier hergestellt. Doch Henry war nicht stolz darauf und während er innerlich von Zweifeln und unterdrückten Ansichten zerrissen war, bahnte sich ein Unwetter über dem Hause Ford an. Edsel hatte mit nur 49 Jahren den Kampf gegen Krebs verloren und starb. Diese Tragödie traf nicht nur die Familie, sondern auch das Herzstück von Henry Fords Lebenswerk, die Ford Motor Company. Henry, der nun offiziell wieder die Kontrolle über das Unternehmen zurückerlangte, stand vor einer Herausforderung, die weit über geschäftliche Belange hinausging. Die Schlaganfälle, die ihn in den späten 1930er Jahren heimgesucht hatten, hatten ihn sowohl physisch als auch geistig gezeichnet. Seine einst so kraftvollen Fähigkeiten begannen zu schwinden und allmählich wurde er an den Rand der Geschäftsentscheidungen gedrängt. In dieser turbulenten Zeit übernahmen einige leitende Angestellte Schritt für Schritt die Kontrolle über das Unternehmen. Charles Sorensen, ein bedeutender Ingenieur und Produktionsleiter, der seit Jahren eine tragende Säule bei Ford war, und Harry Bennett, der Leiter von Fords Service Unit, einer paramilitärischen Organisation, die unter anderem mit Spionage und disziplinarischer Durchsetzung unter den Mitarbeitern beauftragt war, drängten sich an die Unternehmensspitze. Henry war zwar alt und schwach geworden, doch er war nicht geistesabwesend. Zwischen ihm und Charles Sorensen entstand eine wachsende Kluft, die bald daraufhin in dessen Entlassung endete. Henry wusste, dass darüber gemunkelt wurde, dass er auf Charles Sorensens Medienaufmerksamkeit eifersüchtig war und deshalb dessen Entlassung veranlasst hatte. Doch ihm war das egal. Er hatte sein ganzes Leben lang hart für dieses Unternehmen gearbeitet und würde es jetzt nicht in den Händen dieser Geier zurücklassen. Doch die Debatten über die Zukunft der Ford Motor Company waren bereits in Washington entbrannt. Es war offensichtlich, dass Henry älter und schwächer wurde und so kam die Frage auf, wie das Unternehmen wiederbelebt werden könnte. Inmitten dieses Machtkampfes innerhalb der Ford Motor Company zeichnete sich ein Industriegigant ab, der am Scheideweg stand. Als der Zweite Weltkrieg fast sein Ende erreicht hatte und die Welt wieder aufatmen konnte, befand sich die Ford Motor Company in einer Krise, die fast an den Rand des Konkurses führte. Es waren düstere Stunden in der Geschichte des Unternehmens. Clara Ford, Henrys treue Gefährtin, und Eleanor, die Witwe Edsels, standen Henry gegenüber und forderten, dass er die Kontrolle über das Unternehmen seinem Enkel Henry Ford II übergeben sollte. Henry blieb stur und wollte sich nicht so leicht geschlagen geben. Doch ihre Drohung, beträchtliche Aktienanteile zu verkaufen, war kein leeres Gerede, sondern eine formidable Bedrohung. Immerhin betrugen diese Anteile drei Viertel des Gesamtbestands. Obwohl Henry innerlich brodelte, sah er sich einer unausweichlichen Wahrheit gegenüber. Die Zukunft des Unternehmens und das Wohl seiner Familie standen auf dem Spiel. Schließlich gab er nach und mit dieser Entscheidung begann eine neue Ära für die Ford Motor Company. Henry hatte nun Zeit, seine Memoiren zu schreiben und erinnerte sich an seine Vergangenheit und an seine Gefühle zurück, die er für so lange versteckt hatte. Nach dem Ersten Weltkrieg hatte er den Dearborn Independent erworben, eine lokale Zeitung, die er in ein Sprachrohr für seine antisemitischen Ansichten verwandelte. Er veröffentlichte eine Reihe von Artikeln, die später als The International Jew, The World's Foremost Problem, bekannt wurden. Diese Publikationen, die behaupteten, eine jüdische Verschwörung in Amerika aufzudecken, fanden Verbreitung weit über die USA hinaus. Damit hatte er damals auch internationale Führer beeinflusst. In Deutschland waren sie von dem antisemitischen Politiker Theodor Fritsch veröffentlicht worden. Adolf Hitler hatte ihn sehr geschätzt. Er besaß sogar ein lebensgroßes Porträt von ihm. Da fiel Henry das Treffen mit Kurt Ludecke, einem Vertreter Hitlers, ein und wie sie gemeinsam über die industrielle Wichtigkeit sprachen. Doch er hatte sich mit seinen antisemitischen Schriften nicht nur Freunde gemacht. Zu jener Zeit war er von der Anti-Defamation League angeprangert worden und sah sich einer Verleumdungsklage von Aaron Shapiro, einem jüdischen Anwalt, gegenüber. Henry hatte sich zu jener Zeit entschuldigt und seine Aussagen zurückgezogen. Doch kaum jemand hatte dieser Geste aufrichtig geglaubt. Als er später im Leben mit den Gräueltaten der Nazi-Konzentrationslager konfrontiert wurde, erlitt er einen schweren Schlaganfall. Er hatte damals nicht verstanden, warum man ihn trotz seiner Entschuldigung nicht davon freigesprochen hatte. Schließlich hatte er immer ausführlich betont, dass er gegen Krieg war. Er hatte sein Leben lang nur einen Traum verfolgt, wirtschaftliche Selbstständigkeit für die Vereinigten Staaten zu schaffen. Er wollte ein Automobil herstellen, das vollständig aus heimischen Ressourcen bestand, frei von den Fesseln ausländischer Abhängigkeiten. Seine Gedanken begannen, um das River Rouge-Werk zu kreisen. In dieser gewaltigen Fabrikanlage hatte er nicht nur Autos produzieren lassen, sondern auch den Stahl, der zur Herstellung benötigt wurde. Henry hegte einen tief verwurzelten Glauben, der sich in zwei Prinzipien manifestierte. Die globale Expansion seines Unternehmens und die Überzeugung, dass internationaler Handel der Schlüssel zu globalem Frieden sei. Und das waren nicht nur theoretische Überlegungen, sondern wurden durch den innovativen Fließbandprozess und die Herstellung des legendären Modell T unter Beweis gestellt. Das River Rouge-Werk war für ihn die Vision einer selbstversorgten Nation, die in der Lage war, ihre eigenen Bedürfnisse zu erfüllen, ohne dabei auf externe Quellen angewiesen zu sein. In den Anfängen des 20. Jahrhunderts, einer Zeit rasanter industrieller Fortschritte, hatte er schon über die Grenzen Amerikas hinausgeträumt, seine unternehmerischen Flügel ausgestreckt und Ford-Werke in Großbritannien und Kanada gegründet, wo er schnell zum dominierenden Automobilproduzenten aufgestiegen war. Er erinnerte sich, wie er ein Jahr später mit Giovanni Agnelli von Fiat zusammenarbeitete, wodurch er die Saat der Automontage in Italien legte. Er mochte Giovanni und ihm gefiel die Marke Fiat. Daraufhin ermutigte Herbert Hoover zusammen mit dem US-Handelsministerium ihn schließlich dazu, sein Imperium weiter auszubauen. Also begann Henry, Werke in Deutschland, Australien, Frankreich, Indien und Mexiko zu eröffnen. In all diesen Expansionen hatte er immer nur eins gesehen, das Streben nach einer Verbindung zwischen internationalem Handel und Frieden. Plötzlich fiel ihm ein, dass sein Leben nicht immer nur von Erfolgen gekrönt war. Damals war er auf eine Expedition in den tiefen Amazonas-Dschungel vorgedrungen um die Gummiversorgung für seine Autoreifen zu sichern. Doch dieses Projekt scheiterte letztlich an ökologischen und organisatorischen Herausforderungen. Er hatte sich trotzdem nicht unterkriegen lassen und sich schon bald darauf seinem nächsten Projekt zugewandt. Eines Tages hatte ihn die Nachricht erreicht, dass Stalin ihn wegen einer Sache sprechen wollte. Henry war neugierig geworden und machte sich sofort auf den Weg. Dort angekommen, schloss er kurze Zeit später einen Vertrag mit Stalin, in dem er sich verpflichtete, fast ein Jahrzehnt lang technische Unterstützung zu leisten, um das erste sowjetische Automobilwerk zu gründen. Das GAZ, das später als Gorki bekannt wurde, in der Nähe von Nizhny Novgorod. Diese Zusammenarbeit intensivierte sich im gleichen Jahr durch eine vertragliche Vereinbarung mit der Austin Company. Der Deal umfasste den Kauf von 30 Millionen US-Dollar an demontierten Ford-Autos und Lastwagen über die ersten vier Jahre der Werksaktivität. Die Kooperation zwischen ihm und der Sowjetunion war geprägt von einem lebendigen Austausch von Wissen und Fähigkeiten. Henry stellte Ingenieurkompetenz und Schulungen für die sowjetische Belegschaft zur Verfügung, während sowjetische Ingenieure sich tief in die Praktiken und Techniken von Ford in Detroit und Dearborn einarbeiteten. Er hatte den Menschen damals schon gesagt, egal wo die Industrie gedeiht, ob in Indien, China oder Russland, den Gewinn daraus wird es für alle geben, auch für uns. Die ganze Welt muss etwas Gutes davon haben. Er wurde zum Meister der Automobilindustrie. Bis zum Ende der 1920er Jahre war er für ein Drittel aller weltweit produzierten Autos verantwortlich. Sein Einfluss erstreckte sich über Kontinente hinweg mit einem Netzwerk von Tochtergesellschaften, das die ganze Welt umspannte. In Europa, besonders in Deutschland, hatte er eine Vielfalt an Emotionen ausgelöst. Von Ehrfurcht über Skepsis bis hin zu einer Art Verliebtheit. Fordismus wurde in Deutschland zu einem Diskussionspunkt, der oft als Symbol für das zutiefst Amerikanische galt. Er verkörperte Ängste, Wünsche und Faszinationen für das, was als typisch amerikanische Kultur und kapitalistische Entwicklung angesehen wurde. Es war die weit verbreitete Ansicht, dass man, um die wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhänge in den Vereinigten Staaten zu verstehen, nur auf die Automobilindustrie und insbesondere auf Ford schauen musste. Er hatte sich auch seinen Weg durch die aufregende Welt des Autorennens gebahnt. Anfang des 20. Jahrhunderts, als er noch ein junger Mann gewesen war, war er nicht nur ein Konstrukteur, sondern auch kurzzeitig als Fahrer aktiv. Sein erster großer Sieg, ein Meilenstein in seiner Karriere, wurde am 10. Oktober 1901 gefeiert. In diesem Rennen besiegte er Alexander Winton mit einem Auto, das er liebevoll Sweepstakes nannte. Ein paar Jahre später hatte er mit den abgespeckten Versionen des Modells Tees in seinen Rennen die Konkurrenz herausgefordert. Mit vollem Erfolg. Sie errangen den vorläufigen ersten Platz in einem transkontinentalen Ocean-to-Ocean-Rennen. Gleich darauf hatte ein von Frank Kulik mitgesteuertes Ford-Auto sogar einen Geschwindigkeitsrekord für eine Meile auf der Rennbahn in den Detroit Fairgrounds aufgestellt. Doch dann war er vor einer neuen Herausforderung gestanden, dem legendären Indianapolis 500. Es kribbelte Henry jetzt noch in den Füßen, wenn er daran zurückdachte. Doch dieses Rennen hatte sich als bedeutende Hürde herausgestellt. Sein umgebautes Modell T musste zusätzliche 1000 Pfund schwerer werden, um unter den bestehenden Regeln qualifiziert zu werden. Er hätte seinen Rennwagen so gerne die Rennstrecke runtersausen sehen wollen. Doch diese Anforderung wollte er nicht erfüllen. Und von da an hatte er begonnen, sich immer weiter aus dem Rennsport zurückzuziehen. Was viele nicht wussten war, dass dieser Rückzug mehrere Faktoren hatte. Es waren seine Unzufriedenheit mit den Rennvorschriften, die steigenden Anforderungen durch die rapide Produktion des Modell T und eine Perspektive, die den Wert des Rennsports zunehmend skeptisch betrachtete. Für ihn war der Rennsport ein unzureichendes Maß für die Bewertung von Automobilen geworden. Autos sollten nicht nur in ihrer Rennstärke beurteilt werden. Außerdem war er selbst zu einem widerwilligen Rennfahrer geworden, der nur teilnahm, weil das Rennen damals als Synonym für Erfolg galt. Trotzdem hatte er gespürt, dass seine Autos in diesem Bereich dominieren würden. Und tatsächlich war sein Einfluss auf die Sportart während seiner aktiven Jahre unauslöschlich. Als er 1996 in die Motorsports Hall of Fame of America aufgenommen wurde, sollte sein Erbe in der Rennwelt unsterblich bleiben. Nachdem sein Sohn Etzel an Krebs gestorben war, hatte er sich mit über 80 Jahren dazu entschlossen, die Lücke in der Unternehmensleitung zu füllen. Es war eine Zeit der Trauer und er selbst hatte gesundheitliche Probleme gehabt. Doch er konnte sein Unternehmen nicht aufgeben, auch wenn das Misstrauen ihn so sehr plagte, dass seine Urteilskraft dadurch getrübt worden war. Er hatte alle Kraft zusammengenommen, doch er war der kolossalen Verantwortung kaum mehr gewachsen. Viele Direktoren des Unternehmens hatten gezögert, ihn wieder in die Führungsrolle einzusetzen, doch sein Einfluss auf das Unternehmen war über die letzten Jahrzehnte unbestreitbar geblieben. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs hatte die Ford Motor Company unter seiner Leitung einen finanziellen Niedergang erlitten. Verluste von mehr als 10 Millionen Dollar pro Monat, was in der heutigen Währung etwa 169 Millionen Dollar entspricht, hatten gezeigt, dass Henry für diese Verantwortung einfach zu alt geworden war. Damals hatte die Verwaltung von Präsident Franklin Roosevelt mit dem Gedanken einer möglichen Übernahme durch die Regierung gespielt, um die Kontinuität der Kriegsproduktion sicherzustellen, doch diese Pläne wollte er unter allen Umständen verhindern. Im September 1945 hatte sich sein Gesundheitszustand schließlich so extrem verschlechtert, dass seine Frau und seine Schwiegertochter ihm das Messer auf die Brust gesetzt hatten. Er musste ihnen nachgeben und übergab das Präsidentenamt an seinen Enkel Henry Ford II. Am 7. April 1947 befand Henry sich auf Fair Lane, seinem geliebten Anwesen in Dearborn. Es ging ihm nicht gut, deshalb legte er sich nach dem Frühstück noch einmal ins Bett und schlief ein. Es war das letzte Mal, dass Henry seine Augen geschlossen hatte, denn auch am selben Tag starb er an einer Hirnblutung. Sein Tod rief eine Welle der Trauer hervor. Eine öffentliche Aufbahrung in Greenfield Village zog tausende von Trauernden an, die ihre letzte Ehre erwiesen. Seine Trauerfeier fand in der Cathedral Church of St. Paul in Detroit statt und endete mit seiner Beisetzung im Fort Cemetery in Detroit. Henrys Tod markierte das Ende einer Ära und auch wenn wir uns hier von ihm verabschieden müssen, so hat er doch die amerikanische Industrie und Innovation maßgeblich mitgeprägt und tiefen Respekt dafür genossen. Henry IV II war bereit, in die Fußstapfen seines Großvaters zu treten. Jung und motiviert restrukturierte er zuerst das Finanzmanagement des Unternehmens. Er wollte die Unternehmensstruktur neu beleben und stellte talentierte junge Manager ein. Einer davon war Robert McNamara, der spätere US-Verteidigungsminister. Nachdem das atemberaubende Modell Thunderbird unter die Masse gebracht worden war, entschied Henry IV II am 17. Januar 1956 mit dem Unternehmen an die Börse zu gehen. 10,2 Millionen Aktien wurden verkauft, was etwa 22% des Unternehmens ausmachte. Einzelpersonen konnten nun zu Teilhabern werden, jedoch sollte diese Zeit von einem der größten Fehlschläge gezeichnet werden. Henry IV II wollte, ehrenhaft wie er war, das Modell Edsel auf den Markt bringen. Der Erfolg blieb leider aus und der Wagen wurde zu einem der größten Flops in der Automobilgeschichte. In den 1950er und 1960er Jahren begann Ford eine Phase der Übernahmen, darunter die wichtigsten wie Jaguar, Aston Martin, Hertz Corporation, Volvos Automobilsparte und Land Rover. Die 1970er und 1980er Jahre waren keine einfachen Jahre für das Unternehmen. Katastrophen wie der OPEC-Ölschock und eine steigende Inflation förderten die Nachfrage nach kleineren, kraftstoffeffizienten Fahrzeugen und zwangen Ford, eine Antwort auf diesen Trend zu liefern. Kurz darauf erschien der Ford Fiesta, der 1976 in Europa und 1978 in den USA eingeführt wurde. In den späten 1970er und frühen 1980er Jahren erweiterte Ford seine globalen Partnerschaften und Innovationen. Während das Unternehmen 25% der Anteile an Mazda erwarb, gewann die dritte Generation des Ford Escort erstmals den Titel European Car of the Year. In Reaktion auf den Verlust von Marktanteilen und den Druck mit japanischen Importen zu konkurrieren, konzentrierte sich Ford verstärkt auf Kraftstoffeffizienz und Qualität. So führte das Unternehmen die erste Generation des Mondeo als Teil der globalen CDW-27-Plattform ein und kündigte die amerikanischen Ableger Ford Contour und Mercury Mystique an. Kurz darauf begann die Produktion des Flexible Fuel Vehicle Taurus, der sowohl Benzin als auch Ethanol verbrennen konnte. Danach eröffnete Ford seine ersten Verkaufsstellen in China und sah bis Ende 2005 einen Anstieg auf 150 Länder. Der Ford Focus ersetzte den Ford Escort und wurde in den USA im Jahr 2000 eingeführt. Im selben Jahr musste Bridgestone Firestone 6,5 Millionen Reifen zurückrufen, nachdem es bei Ford Testfahrten zu Überschlag-Todesfällen gekommen war. Daraufhin rief Ford weitere 13 Millionen Reifen zurück und beendete die Zusammenarbeit mit Bridgestone Firestone. Bundesermittler identifizierten Reifenfehler als Hauptursache für die Unfälle. William Clay Ford Jr., auch bekannt als Bill Ford, der damalige CEO des Unternehmens, begann die Übernahmen seiner Vorgänger der letzten Dekade zu überdenken. Innerhalb von zwei Jahren sorgte er dafür, dass sowohl Herz als auch Aston Martin verkauft wurden. Es wurde ein Balanceakt, eine Mischung aus strategischer Weitsicht und der Notwendigkeit, sich von Ballast zu befreien. Dann kam ein Jahr, das in die Annalen der Wirtschaftsgeschichte eingehen sollte. Die Finanzkrise, auch bekannt als die große Rezession, war wie ein eisiger Wintersturm, der die Fundamente der amerikanischen Wirtschaft erschütterte. Ford, wie viele andere, spürte die eisige Kälte dieser Krise. Der Absatz von Fahrzeugen und allgemeinen Verbraucherausgaben fiel ins Bodenlose. In diesen düsteren Zeiten musste das Unternehmen Jaguar und Land Rover an Tata Motors Limited aus Indien verkaufen und begann gleichzeitig damit, sich von Mazda zu trennen. Ein langsamer Abschied, der erst 2015 vollendet werden sollte. Als die Schatten der Krise sich verdichteten, trat eine Figur in das Rampenlicht. Präsident George W. Bush. Im Dezember 2008 verkündete er einen Notfallrettungsplan für die großen drei der amerikanischen Autoindustrie. Chrysler LLC, General Motors Corporation und Ford. Dieser Plan, ein 13,4 Milliarden Dollar schweres Rettungspaket aus dem Troubled Asset Relief Program, sollte das drohende Unheil abwenden. Doch das darauf folgende Jahr brachte unerwartete Veränderung. Während General Motors und Chrysler in den Bankrott schlitterten, sah Ford Licht am Horizont, steigende Verkaufszahlen und Marktanteile. Ein Teil dieses Aufschwungs war dem staatlichen Abwrackprämienprogramm zu verdanken, das den Verbrauchern Anreize bot, ihre alten Autos gegen neue, effizientere Modelle einzutauschen. Ford nutzte diese Gelegenheit, führte Kosteneinsparungen durch und konzentrierte sich auf seine stärkeren Marken. Die Veränderung ging jedoch weiter. Ford verkaufte Volvo an das chinesische Unternehmen Xi'an Geely Holding und gab einige Monate später die Einstellung seiner Mercury-Produktlinie bekannt. In einer Welt, die sich rasant veränderte, suchte Ford nach Wegen, sein Angebot zu erweitern. Die Gründung von Ford Smart Mobility LLC im Jahr 2016 und die Ankündigung, das Portfolio an Elektrofahrzeugen zu erweitern, waren mutige und doch wichtige Schritte. Zwei Jahre später erreichte eine kühne Ankündigung die Öffentlichkeit. Bis auf den Mustang und den Ford Focus Active werden alle PKW-Modelle eingestellt. Das Unternehmen wollte sich von nun an auf Pickups, SUVs und Crossover-Fahrzeuge konzentrieren. Ein kluger Zug, wenn man bedenkt, dass Ford's F-Serie von Pickups seit Jahrzehnten die meistverkauften Fahrzeuge in den USA waren. Das neue Jahrzehnt brachte jedoch eine Verpflichtung zur Elektrifizierung, Forschung und Entwicklung mit sich. Ford war bereit, seine Flotte zu revolutionieren. Der Mustang Mach-E, F-150 Lightning, E-Transit und andere elektrische Modelle wurden angekündigt, um das Unternehmen bis 2050 CO2-neutral zu machen. Seit seiner Gründung im Jahr 1903 hat Ford viele Stürme durchlebt und es trotzdem zu einem Imperium geschafft. Trotzdem haben wir uns auch mit den Kontroversen auseinandergesetzt. Es war das Jahr 1940, eine Zeit, in der die Welt von den dunklen Schatten des Krieges überschattet wurde. In den hallenden Korridoren der Ford-Werke in Deutschland gab es eine Abteilung, die trotz ihrer Verbindung zur Muttergesellschaft Dearborn Company in den USA einen eigenen, ominösen Pfad einschlug. Das Ford-Werk in Köln begann, wie viele andere Industrieunternehmen dieser Zeit, Zwangsarbeiter einzusetzen, um Militärfahrzeuge herzustellen. Dann mit dem Angriff auf Pearl Harbor veränderte sich das Schicksal von Ford dramatisch. Die Kontrolle über die deutschen Abteilungen entglitt den Händen der Dearborn Company und plötzlich standen alle Ford-Einrichtungen in Deutschland unter der eisernen Faust der Nazi-Regierung. Fast fünf Jahrzehnte später wurden diese Vorwürfe in einer Reihe von US-Rechtsstreitigkeiten neu entfacht. Doch die juristische Auseinandersetzung fand 1999 ein abruptes Ende, als der Fall abgewiesen wurde. Warum? Am 26. Juni 1940, dem Tag nach dem Zusammenbruch Frankreichs, gab es ein Ereignis, das in die Geschichte einging. Ein Gala-Dinner im Manhattan-Walldorf Astoria. Organisiert von Gerhard Alois Westrick, zählten zu den Gästen auch Persönlichkeiten wie Edsel Ford, Sostinus Vane von ITT, Torquild Lieber von Texaco, James D. Mooney von General Motors und Philip Dakin-Wagoner von der Underwood Typewriter Company, ein Symbol für die verworrenen Beziehungen zwischen Wirtschaft, Politik und dem Gesetz. Die Verteidiger des Unternehmens behaupteten in dem Rechtsstreit, dass die deutsche Abteilung von Ford sich der Kontrolle des Mutterkonzerns entzogen hatte, nachdem die Nazi-Regierung die Macht übernommen hatte. Fords anfängliche Motivation mag antikriegerisch gewesen sein, doch als der Krieg ausbrach, spielten auch die alliierten Fabriken eine entscheidende Rolle in den Kriegsanstrengungen. In den weiten Ebenen Argentiniens entwickelte sich Ende der 1970er Jahre eine andere fragwürdige Geschichte, die noch Jahrzehnte später die Herzen und Seelen der Menschen und die argentinische Tochtergesellschaft von Ford erschüttern sollte. In einer Periode, die als der schmutzige Krieg bekannt ist, wurden Intellektuelle, Dissidenten und alle, die als Bedrohung für das herrschende Regime angesehen wurden, in einer Militärdiktatur brutal verfolgt. Die argentinische Niederlassung von Ford wurde beschuldigt, eine Rolle in diesem schrecklichen Kapitel der Geschichte gespielt zu haben. Das Unternehmen selbst bestreitet diese Vorwürfe, doch die Stimmen der Vergangenheit schwiegen nicht. Im Jahr 1996 erhob sich eine Anklage im Namen der geschätzten 600 spanischen Staatsbürger, die während des schmutzigen Krieges spurlos verschwunden waren. Die Angehörigen der Opfer warfen Ford und anderen Industriegiganten vor, maßgeblich an den Grausamkeiten beteiligt gewesen zu sein. Der Vorwurf war schwerwiegend. Ford-Manager sollen Listen von störenden Arbeitern erstellt und sie den Militäreinheiten übergeben haben, die in der Fabrik stationiert waren. Es waren Anschuldigungen von Entführungen, Folter und Mord, manchmal sogar innerhalb der Fabrikmauern selbst. Der Verdacht verschärfte sich, als die argentinische Arbeiterzentrale Aussagen ehemaliger Ford-Mitarbeiter in einem 5000 Seiten umfassenden Bericht enthüllten. Sie behaupteten, dass die Fabrik des Unternehmens von 1976 bis 1978 als eine Art Gefängnis genutzt wurde und das Management im Militär erlaubte, im Werk einen eigenen Bunker zu installieren, der zu einem Ort des Schreckens innerhalb der Mauern, die einst dem Fortschritt der Industrie gewidmet waren, wurde. Ein Spiel der Giganten Ford, General Motors, ExxonMobil, Shell und Total Energy offenbarte weitere Ignoranz und versteckte Wahrheiten. Ein kanadischer Physiker, Gilbert Norman Plath, ein Mann, dessen Geist in den Sternen wanderte, während seine Füße fest auf der Erde standen, trat Mitte der 1950er Jahre der aeronautischen Neutronikabteilung von Ford bei. Vor seiner Zeit bei Ford hatte Plath bereits das Unbekannte erforscht. Seine Arbeiten zum Klima, insbesondere die Artikel Kohlendioxid und Klimawandel und die Kohlendioxid-Theorie der Schwankungen waren visionäre Stücke, die ein warnendes Licht auf die Dunkelheit warfen, die kommen sollte. Die unangenehme Wahrheit, die Menschheit schrieb durch ihre unersättliche Gier nach fossilen Brennstoffen das Drehbuch für ihre eigene Tragödie. Bei Ford setzte Plath seine Mission fort, nutzte die Computer des Unternehmens für frühe Klimamodelle und publizierte seine Ergebnisse in den ehrwürdigen Hallen wissenschaftlicher Fachzeitschriften. Als er schließlich zum Laborleiter der Abteilung für Theoretische Physik aufstieg, schien es, als könnte seine Stimme endlich Gehör finden. Doch die Geschichte nahm eine dunkle Wendung, als Ford seine Abteilung für Luft- und Raumfahrttechnik mit Fileco, einem ursprünglichen Radio- und Fernsehtechnikunternehmen, fusionierte, was zur Gründung von Fileco Ford führte. Es schien, als würde die Wissenschaft durch diese Fusion in den Hintergrund gedrängt. Obwohl Forscher wie Daryl Eugene Birch ihre Arbeit fortsetzten, ist es unklar, ob ihre Entdeckungen jemals die Entscheidungsträger erreichten. Die Ironie wurde Ende der 1980er Jahre deutlich als Ford der Global Climate Coalition, einer Organisation, die sich gegen Maßnahmen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen aussprach, beitrat. Diese Entscheidung stand im krassen Gegensatz zu den früheren wissenschaftlichen Bemühungen des Unternehmens und spiegelte eine Zeit wieder, in der Profit wichtiger war als Prinzipien. Ford unterstützte auch Denkfabriken, die den wissenschaftlichen Konsens zum Klimawandel anzweifeln, was auf eine tiefe Verstrickung in eine Kultur der Leugnung und Desinformation hindeutet. Es war, als würden sie mit dem Feuer spielen, das sie selbst entfacht hatten. 1971 sollte ein neuer Skandal das Unternehmen beuteln, als es den Pinto, einen kleinen Wagen für Nordamerika, dessen Design bald in Verruf geriet, herausbrachte. Sein Kraftstofftank war bei Heckkollisionen gefährlich anfällig. Ein aufschlussreicher Artikel in Mother Jones behauptete, Ford habe bewusst ein tödliches Design gewählt, da es billiger schien, Gerichtsverfahren zu riskieren, als das Kraftstoffsystem zu ändern. Dies führte zu einem öffentlichen Aufschrei. Politischer Druck zwang die National Highway Traffic Safety Administration zu einer Untersuchung. Sie bestätigte die Mängel des Pinto und seines Geschwistermodells des Mercury Bobcat. Ford musste 1,5 Millionen Fahrzeuge zurückrufen. Anfang der 2000er Jahre passierte etwas, das die Welt in Aufruhr versetzte. Eine mutige Gruppe Südafrikaner, vertreten durch die entschlossene Furumani Support Group, hatte sich aufgemacht, Gerechtigkeit zu fordern. Sie behauptete, dass Ford während der Apartheid-Ära Fahrzeuge an die südafrikanischen Sicherheitskräfte, die als Zeichen der Unterdrückung in den Straßen patrouillierten, geliefert hatte. Die Anklagen waren gewichtig, die Emotionen tief und die Beweise ein Puzzle der Vergangenheit. Über ein Jahrzehnt hinweg halten die Stimmen der Kläger durch die Gerichtssäle, unterstützt durch die Furumani Support Group, die nicht nur für Entschädigung, sondern für Anerkennung und Gerechtigkeit kämpfte. Doch in den endlosen Gängen der Justiz, wo Gesetze und Vorschriften oft ein Labyrinth ohne klares Ende bilden, fand die Geschichte eine unerwartete Wendung. Im Jahr 2014, nach langen Jahren der Auseinandersetzung, fiel der Hammer des Richters mit einem Schlag und die Klage gegen Ford wurde abgewiesen. Der Grund, Ford konnte nicht für das Verhalten seiner südafrikanischen Tochtergesellschaft verantwortlich gemacht werden, so das Urteil. Trotz dieser dunklen Kapitel, Wirtschaftskrisen, globalem Wettbewerb und technologischem Fortschritt, passte sich das Unternehmen immer wieder an die sich wandelnden Anforderungen des globalen Marktes an. Henry hatte etwas geschaffen, das nicht nur für die Geschichte der amerikanischen Automobilindustrie, sondern auch für die Geschichte des menschlichen Fortschritts und der Anpassungsfähigkeit stand. Ein wahres Zeugnis dafür, das auch in den dunkelsten Zeiten das Licht der Innovation und Entschlossenheit nie erlischt. Untertitelung im Auftrag des ZDF, Untertitelung im Auftrag des ZDF,